2, aufgrund die ersten Kette der Chef Sieben cour súln dort der Exist vom ABC3, P3 grey 63 E-Mobile, Croser Evo Deino? HAHAHA Ich habe den Führung 55ER 2??? Ein Brett da, .... Nord Senator N.com ... 51 Heernyer Prüster aus CT3, 35E Das ist Philipp Reisner aus der Feta Motorsport, auch neues Auto zugelegt heute in der BMW 23. Peter Arck ist auf der Rack, weil die beiden Möglichkeiten haben, die ersten fünf im ersten Rennen. Die 45, das ist Karl-Hein Schaubold, irgendwo Kahlmann, hier aus der Stasi. Der Zugreiniger und alles arbeitet, dass man das Auto für das Rennen hier wieder auf Vordermann bringt. Aber das Team Rund, Karl-Hein Schaubold hat Unmögliches möglich gemacht und er ist mit dabei. So, da geht es jetzt. Der Feta Motorsport ist direkt her, der Grazer im BMW 325. Der Mark aus Oberhag auf Reinhardt Langstieg auf Gerscheuer und unterwegs im Paul-Lex Calibra Turbo. So, Karl-Hein Schaubold ist Ziel 1.057. Sieg und Andreas Müller 1.0603. Sieg 1.067. Sieg 1.067. Sieg 1.067. Das ist der Haralds Neuherbst, aus dem Dorf mit 4128 3B. Sieg 1.067. Sieg 2.067. Sieg 3.067. 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 Hier kann ich die Rennsport-Serie Gersche板 fahren. Sieg 3.067. Sieg 4.067. Ich glaube, das ist die GIA 3.6. So, rechten wir los. Einheitsbinder vom MSC Lüdersdorf im Gabankerner RS. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, 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 schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Das ist Manfred Kanzler, der Zoller vom Ramos-Waldwieser. Immer BB 323 M3. In den letzten Jahren immer kontinuierlich ganz vorne mit dabei, der 08er. Schau, 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 schau. Also, jetzt ist er so, fährt stehen geblieben. Ja? Malz 0, wie ist das, was in der Brasche, der liegt auf der Gasse mit Hellerbauern, anerkennen, das ist eine Rögelbeschung. Ja, die hat auf der rechten Gasse, der hat einen Rögelbeschleiter. Die 803, in der Gasse, der hat einen Rögelbeschleiter. Warum? Wie geht die Gasse E2 Philhott, der sagt, ruprecht auf dem BMW E30, 3,6 Liter. Heute ein bisserl geindicapeten, der Mann ist ein Roller. Und Ruppe Erschweiger trot diese Füßgeschick besser als 5572. Also das ist wirklich eine Sensation. Manfred Planter Zweiter, 5906. Mytter Zweiter der Eichmanns Füßgeschick. Wir wollen wir auch aufs Unternehmen der Eichmanns-Füßgeschick. Jedenfalls bin ich der Entschlussgericht an. Wie ist der Entschlussgericht der Eichmanns-Füßgeschick, bisher ist der Eichmanns-Füßgeschick. Danke.